Das war Christoph Sauer mit Marlene. Was ist denn bloß mit deinen Lippen? Los, reint sich schon mal schön. Und jetzt ist er auch bei mir im Studio, Christoph Sauer. Schönen guten Morgen Christoph, grüß dich. Freue mich hier zu sein, guten Morgen. Ja, wie sieht es denn aus? Sind denn die Zehner die neuen Zwanziger? Was meinst du? Ja, ich will einiges dafür tun. Die Zwanziger, siehe Max Rabe, die sind natürlich immer noch gefragt. Also es gibt ja gerade in Berlin eine Szene, es gibt viele Partys, Bälle, die sich darauf beziehen. Und ich will einfach eine Lanze dafür brechen, dass es eben nicht immer um den ollen alten Kaktus geht und die Veronika der Lenz. Es ist da wunderschöne Stücke, aber dass man mal an die kommenden Zwanziger nickt. Die neuen Zwanziger, die stehen vor der Tür. Und da kann man ein bisschen neues Repertoire mal schreiben. Muss jetzt aber trotzdem nochmal in deine Vergangenheit eintauchen und zwar relativ tief. Abenteuer 1927 hieß die ARD-Serie, in der du mitgespielt hast. Und das war dann wirklich alles so wie 1927? Komplett, von Kopf bis Fuß. Also wir wurden da umgekleidet, unseren Handys und Notebooks beraubt und lebten sechs Wochen komplett da. Also es war nicht wie Big Brother, da waren nicht ständig Kameras um uns, die kamen dann zwischendurch. Das einzige, das eigentliche Erlebnis war, dass man wirklich von morgens aufstand und abends wieder ins Bett ging und umgeben war von dieser Zeit. Das war ein Gutshaus in Mecklenburg-Vorpommern und wir hatten einen Etiketteunterricht und Tanzunterricht zwischendurch. Und wir lasen die Zeitung von damals, die Vossische Zeitung. Ich erinnere mich an einen Reklameslogan, der hieß, ein Kuss von ihr, jetzt weiß ich es wohl, schmeckt immer frisch. Sie nimmt Odol. Das nimmt man dann so mit und wenn man diese Lieder von damals singt, dann baut man das gerne ein. Die waren sehr modern, die 20er damals. Also dir hat es anscheinend zugesagt. Und ich finde ja dein Leben schon nicht unaufregend, ganz ehrlich. Den Komponisten und auch Pianisten Roland Kühne, den hast du 2009 während einer Mittelmeerkreuzfahrt kennengelernt. Was hast du denn auf der Mittelmeerkreuzfahrt gemacht? Urlaub oder? Ne, das war eine dienstliche Fahrt. Also wir waren da engagiert. Ich war froh, dass ich einen Pianisten hatte, der der deutschen Sprache mächtig war, weil sonst gab es mal russische Pianisten an Bord. Und so konnte man aber viel besser arbeiten, gerade mit den Texten von damals. Und wir probten dann allabendlich und stellten irgendwann fest, also da schwimmt man auf einer Wellenlänge und haben dann irgendwann angefangen. Ich habe da einen Text in der Schublade liegen, habe ich zum Roland Kühne gesagt. Und der meinte, ja, dann komponiert da mal vielleicht was drauf. Und wir haben uns an Festland dann wieder getroffen und er war letztendlich schuld, dass ich in Berlin gelandet bin dann vor zwei Jahren. Du bist ja nicht nur Musiker und Sänger, du bist ja auch Schriftsteller, nicht? Ja, also ich habe eine gewisse journalistische Vergangenheit. Ich habe damals in Mainz für die Zeitung geschrieben, hin und wieder als freier Mitarbeiter oder auch beim Radio mal eine Zeit lang gearbeitet und Umfragen gemacht draußen. Und irgendwann aufgrund dieser Liedtexte habe ich dann festgestellt, also manche Geschichten lassen sich nicht so eindampfen auf so zwei Strophen und Refrains, sondern da muss man sich ein bisschen ausbreiten. Und dann gibt es diese wunderbare Lesebühne-Szene hier in Berlin. Und dann bin ich mal vor das offene Mikrofon spaziert und habe gemerkt, das läuft ganz gut und bin ganz glücklich, dass ich jetzt mit diesen Kolumnen, die ich jetzt wöchentlich schreibe auf meiner Homepage www.christoph-sauer.info, dass man die toll ausprobieren kann. Ja, vor Publikum. Und da verändert sich die Schreibe wieder. Es ist so, dass du wirklich jeden Monat ein Lied auf deiner Homepage veröffentlichst. Ist denn das Lied vom Monat April schon da? Heute ist ja immerhin schon der zweite. Ja, ich habe nachher einen Termin. Wir nehmen das Klavier-Playback auf meinem Komponisten, dem Roland Kühne. Und in ein paar Tagen werde ich dann den Text einsingen. Es geht um den Apfel im weitesten Sinne. Und netterweise, ich habe eine Märchenerzählerin aus Österreich gebeten, einen Gastbeitrag für mein Newsletter zu schreiben. Die setzt sich da mit dem Apfel aus der Märchensituation auseinander. Und ja, man darf gespannt sein. Nächste Woche, kurz nach Ostern ist es soweit. Kommt online. Also frisch aus dem Presswerk, sofort ins Internet. Wunderbar. Ich sage nochmal, www.christoph-sauer.info ist die Website. Christoph, bitte mit PH, aber sonst kriegt er das sicher auch mit Google hin. www.christoph-sauer.info, die Website. Da findet ihr die Kolumnen, da findet ihr das Lied des Monats. Und es gibt auch immer ein wunderbares Gewinnspiel für alle. Tja, wie sagt man denn eigentlich? User, sagt man dann wohl. Und jetzt zum Schluss verraten wir doch noch, wo kann man dich in nächster Zeit sehen, und zwar sowohl lesend als auch singend. Also zunächst bin ich jetzt am Donnerstag auf der Lesebühne Chaussee der Enthusiasten an der Warschauer Straße. Dann am 10. April bin ich im Schokoladen in Berlin-Mitte. Das ist die Lesebühne LSD Liebe statt Drogen. Und ansonsten dann im Juni hier in Neukölln dann um die Ecke in der Hofperle, Kaffeehofperle. Also die Neuköllner müssen noch bis zum Juni warten. Aber man kann ja auch mal abtrünnig werden und im Schokoladen sich das Ganze angucken. Wenn ihr jetzt nicht mitgekommen seid mit den Terminen www.christophsauer.info. Da gibt's alles. Und wir hören jetzt nochmal zum Abschluss einen Song, der gerade ein Klickmonster ist auf YouTube. Und es handelt sich um Osterhase Supernase. Christoph, ich danke dir, dass du hier warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Und vielleicht sagst du auch diesen Song noch an, bitte. Ja, guten Morgen meine lieben Hörerinnen und Hörer. Hier ist Osterhase Supernase. Wer hat meine Eier geklaut? Frohe Ostern und viel Spaß.